Blasenkrebs in frühen Stufen wirkt sich auf Ihren Alltag gar nicht aus. Und Blasenkrebs in fortgeschrittenen Stadien wirkt sich auf Ihren Alltag insofern aus, als die Funktion der Blase natürlich im Rahmen einer großen Operation oder einer Strahlentherapie beeinträchtigt sein kann. Der wichtigste Appell auf Ihr Leben betrachtet, wenn Sie diese Diagnose erfahren, ist auf jeden Fall, dass Sie unbedingt mit dem Rauchen aufhören sollten. Das betrifft sowohl das aktive Rauchen, als auch das passive Rauchen. Grundsätzlich empfehlen wir bei jeder Krebserkrankung einen ausgewogenen Lebensstil. Das heißt, abgesehen davon, dass Sie nicht rauchen dürfen, empfiehlt man bei Alkoholkonsum mäßig zu sein, ausgewogene Schlaf-Szenarien, ausgewogene Ernährung, kein Übergewicht. Das sind grundsätzliche Empfehlungen zusammen mit Sport und Bewegungen der frischen Luft, die dazu beitragen, dass Ihr Abwehrsystem gut gewappnet ist, um mit dieser Erkrankung langfristig fertig zu werden. Im Falle einer Krebsdiagnose empfehle ich Ihnen jedenfalls, sich an entsprechende Fachleute zu wenden, vielleicht auch an Selbsthilfegruppen oder beispielsweise die österreichische Krebshilfe mit Ihren Beratungsstellen, wo Ihnen Profis mit seriöser Information zur Seite stehen. Wovon ich abrate, ist allzu viel im Internet zu recherchieren. Sie finden hier auch Informationen, die widersprüchlich ist oder die Sie verunsichern kann, weil sie schlicht und einfach nicht korrekt ist. Grundsätzlich empfehle ich bei einer Diagnose Blasenkrebs, das auch offen mit dem familiären und freundschaftlichen Umfeld zu kommunizieren. In meiner Erfahrung hat das sehr dazu beigetragen, dass man mit dieser Erkrankung gut umgehen kann.